Hallo meine lieben ja ich bin wieder da und heute wieder mit Beatrice. Wir machen heute den aufgebrauchten Video von ungefähr zwei monaten oder über zwei monaten seitdem ich meinen letzten aufgebrauchten Video gemacht habe habe ich noch keins gemacht und zwar verlinke ich ihn oben glaube ich ne bei den i da oder da ich weiß das nie dann sagst du ja und wir wünschen jetzt viel spaß mit ach so wir machen das wir werden das in zwei teile verteilen weil es sehr viel ist und ja ist so das ist echt schrecklich wie viel müll man sammelt aber ja wäre nicht so viel plastik ja wäre noch die umwelt noch besser aber man kann ja nichts ändern aber mit der zeit ändert sich vieles und ja und heute wollte ich noch habe ich meinen neuen lippenstift von essence drauf der dunklere was war mehr bei winter und so und erbst aber wollte ich trotzdem mit euch heute damit filmen und ich habe mich nicht so geschminkt weil wir haben jetzt 20 uhr und 30 abends und ich schwitze wie sonst was obwohl ich vorhin geduscht habe aber bei der hitze ist normal und ich wünsche mir jetzt viel spaß mit unserem video so kannst du mal anfangen und zeigst dir was wir für feuchttüche aufgebraucht haben und zwar für die brunner von balea die sind ganz praktisch nicht von balea von sauber von dm die sind ganz praktisch und der duft war sehr gut kauf ich immer wieder nach wenn ich daran denke und bei dm bin sonst haben wir immer diese von müller sie sind günstig und riechen auch sehr gut und die finde ich sogar besser als die tempo feuchttücher toilet feuchttücher so hier für den popo von den brunner ja benutzen wir auch neugeborene draufsteht haben wir für das wc benutzt für die brunner und das ist noch eine das ist von der box hier die melone war da drinnen dann gab es hatten wir immer wenn kommt immer wieder mit wenn wir bei ätchen sind und die sind sehr auch sehr gut ja dann machen wir mit tempo box wie heißen die jetzt taschentücher box genau der hat die brunner aufgebraucht hatten wir von müller auch sehr praktisch und sehr schön hier mit diesen motiven liebt sie sowieso kann man immer wieder neue taschentücher reinpacken werde ich auch machen dann habe ich die mir habe ich schon lange also da ist noch ein lippenstift die kaputt gegangen ist hat die beatrice bei in der tasche sweet mandarin es riecht sogar noch sehr gut aber ist leider kaputt und nur das ganze bisschen ist da der andere ist kaputt gegangen von letztes jahr noch dann habe ich die schon lange in gebrauch habe ich habe das immer wieder verwendet von dem von dieser mops reihe auch sehr schön dann gab es hier viele die habe ich von lidl habe ich war mitgenommen das ist von kaufland habe ich die mitgenommen von bewohler marke ist auch die sind die sind alle gleich bin ich von cn von lidl diese muster dann gab es hier von müller die waren die finde ich am günstigsten und da sind immer so wunderschöne boxen die kosten 65 cent immer oder die hatten sogar 59 weil die man geburt waren immer von müller ja das ist eine so recycling papier und das ist so glänzendem papier aber finde ich beide schön und ja dann gab es hier hatten wir im auto das große von müller für babys haben wir dann wieder nach hause den rest dann benutzt zu hause hatten wir im wagen wenn wir gefahren sind oder sonst was aber ich glaube bei müller sind die sogar günstiger ich glaube 1 oder 95 und beim bei lidl 2 kannst du zeigen dann einmal von winter duft noch von müller ich finde die eigentlich alle ganz gut die richten gut und die machen was sie machen sollen und wieso soll ich teurer kaufen wenn die gut sind sehe ich nicht ein dann hatten wir die von akla bestimmt fast zwei monate hier habe ich die hier wie gesagt die neue ist seitdem ich rein seitdem ich den anderen gemacht habe habe ich keins mehr gemacht und das ist von hakla ich habe die für 1,88 euro im kaufland die man geburt gekauft die zwei aber die die lilaner waren mein lieblinger und normal kosten die über drei euro ich kaufe nur wenn die man geburt sind da lohnt sich das man sieht schon den unterschied aber ich kann nicht jedes mal die kaufen weil die kosten über drei euro von den anderen machen sowieso was sie machen sollen dann habe ich die von mola von action geholt auch über unter zwei euro waren auch sehr gut und gut gerochen haben die auch dann von dm limitierte edition also zwei von action hatte ich die mal ein von dm von frühlings edition auch sehr schön und jetzt und ich habe sogar noch eine ich habe noch eine da die habe ich letztens als ich bei müller war gekauft von dieser mops reihe auch limitierte edition und ja und die sind sehr schön und sehr riechen auch sehr gut und ich habe ein tipp für euch und zwar habe ich das bei einer youtuberin gesehen fraulein bluten staub oder so bluten zauber heißt die vielleicht glaub ich verlinke sie auch oben bei den i und sie hat den tipp gegeben da anstatt dass man die so weg wird dann man ihr papier oder plastik sogar ein tun und jedes mal wieder verwenden oder auch nicht wenn die dreckig ist aber anstatt dass man die so im müll schmeißt kann man hier voll machen mit papier oder sonst was ist noch gut für die umwelt und man schmeißt das nicht so und anstatt dass man die so hat man müll und benutzt die als 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 beutel so zu sagen ja ich fand die idee sehr praktisch und sehr gut so wir machen jetzt mit duschgels weiter ach so ich hatte letztens bei thomas philips die geholt für die kinder für die brunner und ja die war nicht so schäumig aber es hat sehr gut gehören das ist die hauptsache aber wer wer würde ich auch wieder nachkaufen da ich jetzt sein wieder ein philip thomas philips hol habe in meiner nähe dann gab es hatten wir von der schweiz die noch maselas lapedi das ist französisch wie gesagt und die gibt es auch bei uns in portugal aber der war ganz gut den geruch aber ja so für sich so war sehr gut fand ich auch aber hier in deutschland sind die glaube ich teuer als da genau dann gab es wie immer von balea zwei von balea die habe ich geliebt diesen und wie hat richtig aber ich glaube die gibt es nicht mehr bei dem bei der limitiert edition von mobs und von dieser avocado strawberry und da gibt es von insana hat die brunner aufgebraucht und das ist so gut wir haben die wir haben sie noch die die cremesseife noch in benutzung die brunner heißt sozusagen hat die benutzen noch in benutzung und die dorf hatte ich mal bei hoßmann in grüne label und dort ist sowieso gut also kann man nichts nicht so viel dafür zu sagen hat man nicht so viel zu sagen weil dort ist immer gut also das auch ein shampoo von mama das ja dann gab es hier meine natur box hatte ich auch bei hoßmann und ich habe diesen shampoo geliebt mit aprikosen aber leider ist der leer und der kostet so teurer habe ich hatte die für ein euro irgendwas gekauft leidig die jetzt leer die kaufe ich immer wieder nach habe nicht von diamante sondern von balea ist besser finde ich für meinen mann schuppen das heißt antischuppen mehr aber es beruhigt die kopfhaut und sehr frisch dann gab es hier auch für die beatrice pure frische mit apfel kaufen wir auch immer wieder nach wir haben gerade den anderen in benutzung und zwar von insana seht ihr dann in meinem nächsten aufgebraucht video und ja einmal der dann gab es noch hier diese white schokolade hat die beatrice war der geruch ganz gut aber gepflegt hat sie nicht nicht so toll aber ja gibt es sowieso nicht mehr nicht so jetzt an alles und die haben wir jetzt hier und wir haben noch ein im gebrauch gerade von beatrice ja ich liebe diesen einfach so macht das hat sie hat auch gerade geduscht und das macht das also geschmeidig dann gab es hier noch von beatrice hat gerade eine von der marke die habe ich bei einem euro shopladen gekauft und den anderen und euro shop ja euro shop euro und die liebt sie jedes mal muss das mit mit apfelduft ja ein nachkaufprodukt hatten wir aber ein paar warte mal ein paar hier badesalze badesalze badezusätze ne so heißt das und eine tuchmaske von mir ich habe eine andere aber die habe ich da vergessen im wohnen hatte ich gestern ich werde die einblenden wenn ich die finde die hatte ich gestern und das war so erfrischen das ist diese kann koko von dem dies auch sehr gut und der war auch sehr toll hat so feuchtigkeit gespendet und ja würde ich wieder nachkaufen aber die gibt es leider nicht mehr bei hausmann dann ja die habe ich geliebt ich aber die geliebt koko kaffee und kokos körperpilling leider zu wenig aber ich habe diesen die würde ich so gerne nachkaufen aber die gibt es bei uns nicht mehr die ist auch sehr toll haben die kinder benutzt hier die alle vier und heute hat die bruna die benutzt mit blau war sehr schönes blaues wasser und der war die waren auch sehr gut für die kinder dann dann gab es hier ein paar pflegeprodukte habe ich für die beatrice benutzt oder für mich ab und zu mal zum erfrischen wie louis sehr gut und ja dann hier ich habe die geliebt das habe ich von die habe ich von der lieben ich habe deinen namen vergessen von sabrina nie von sabine sabinas live von vegas kosmetik und ich habe die geliebt ich habe die so geliebt diesen mit zellen wasser und das hat so gut meine haut getan und ja leider ist das leer würde ich so gerne wieder nachkaufen für mein haut meiner gesicht der von bilu fand ich nicht so toll obwohl das bilu immer toll aber diese snow rose war nicht so meins und ja aber hatte ich gewonnen bei der lieben rafika ich verlinke alle kanäle hier bei den nie die ich jetzt erwähne